Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschlaunch, heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Drecksflaps Rache und für dieses Achievement müssen wir Schlickfaust im Schloss Nasria auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem er in Drecksflaps bevorzugter Reihenfolge auf Säulen geprallt ist. Wie funktioniert das Achievement? Wir haben insgesamt vier Säulen und diese vier Säulen können wir ja mit dem Charge bzw. auch hier mit dem Stampfen zerstören. Wichtig ist jetzt, dass wir es in der richtigen Reihenfolge machen, auf nämlich der ersten Säule hier vorne links, die bei uns jetzt hier in der Nähe von dem orangen Marker ist, sitzt quasi ein kleiner Dämon, der Drecksflaps und das ist so ein Flatterviech und da müssen wir quasi diese Säule wegchargen. Sobald die Säule weggechargt ist, fliegt er halt auf die nächste Säule und dementsprechend gibt er so ein bisschen die Reihenfolge vor. Die scheint fest zu sein und wichtig ist am Anfang, ihr pullt den Boss einmal nicht da, wo er steht, sondern ihr pullt ihn einmal an den Eingang ran und dann dort so in die Ecke, dass er mit dem Stampfen die Säule nicht zerstört. Dann zerstört er die erste Säule vorne links, da wo das orangen Mark ist und zieht den Boss wieder ein bisschen zurück. Beim zweiten Charge zieht er den Boss dann gegenüberliegend hinten rechts hin. Das ist bei uns jetzt hier das gelbe Mark. Dann tankt er ihn wieder ein bisschen am Rand, dass er die anderen Säulen nicht zerstört und wartet quasi dann auf den dritten Charge. Und dieser kleine Drecksflaps fliegt halt immer von Säule zu Säule und gibt euch halt so ein bisschen die Reihenfolge vor. Und ihr seht, jetzt haben wir gleich den dritten Charge. Jetzt müssen wir nämlich die lila Säule, die ist nämlich vorne rechts, wegchargen. Und hier solltet ihr auch ein bisschen aufpassen, wenn ihr relativ viel Schaden habt. Bei uns war es der Fall, wir mussten ein bisschen Damage Stop machen, dann ein bisschen Gas runternehmen. Ihr braucht nämlich alle vier Säulen, ihr müsst alle vier Säulen zerstören, sonst gibt es das Achievement nicht. Heißt, wenn ihr zu schnell seid, kann das ein Problem geben. Und wenn ihr den Boss nicht genug in die Ecke zieht und er mit dem Stampfen eine Säule zerstört, habt ihr natürlich auch verkackt. Also in dem Fall solltet ihr da auch ein bisschen gucken. Vor allem, wenn ihr am Anfang ganz raus pullt an die Tür, da müsst ihr halt schnell genug sein. So, und jetzt müssen wir die letzte Säule noch zerstören und die ist hinten links. Also wir fassen nochmal zusammen. Erste Säule vorne links, dann hinten rechts, dann vorne rechts und dann hinten links. Das geht erstmal, oder das geht zweimal quasi über Kreuz. Mehr ist es nicht, dann gibt es das Achievement. Und ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.